ARD Text im Auftrag von Funk Der Skin ist halt völlig krank Im Vergleich Im Vergleich ist der Skin-Hoo Skin-Hoo crazy Scheisse Aber das ist ein Witz Das ist einfach der Witz Die Waffe hat so viele exotische Oh mein Gott Bin ich bei Destiny oder was? Das ist einfach ein Witz Die Waffe hat so viele Legendäre Skins Die sieht nie anders aus Und das ist einfach auch eine richtige Rotzwaffe Und wieso bekommt die Waffe so viele Legendäre Skins? Ich weiss es nicht Ja Ok ich weiss nicht was das hier soll Ganz ehrlich Was ist das? Da hinten Ja das ist schon geil Hier ein Revolver Ja Oder mal eine harte Pistole Das ist schon sehr 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 sexy Franzis geht Ziemlich heiss aus meiner Erle Meine Lobhands sind schon ziemlich Ah Wichser Haben sich schon ziemlich heiss gemacht Aber hey es kostet Geld Und Und Ist immer verfügbar Du Glibe ich glaube wie meine Sexy Roboter Killer Lady Glibe ich Ja ja Ah Digga Pelz ist einfach Zu crazy Also was gibt es noch? Waffe Car Ja 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 Nee Ja 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 Da bin ich ehrlich. Aber wenn ich das Saison gesehen habe, habe ich gehofft, dass es vielleicht noch ein futuristisches Ding gibt. Aber wenn ich das so noch hochrotze. Diese Variante gefällt mir wohl am besten. Im Vergleich. Ich finde den Bögel da ziemlich sexy. Aber ja. Für euch wird das ganz lange gehen, bis die Map kommt. Aber ja. Ja ja. Immer ganz langsam. Ich habe ja noch ein paar Videomaterialien für euch. Also von dem her. Ja, Season 11 kommt bei euch. Ja, wie die letzten Season auch. Um einigen später. Haben wir aber wirklich Mühe gegeben, um nicht mehr so viel aufzunehmen. Ende von Season 10. Ich habe auch nicht so viel Lust gehabt. Zum Epix spielen. Bin ich auch ganz ehrlich. Das Spiel ist spielbar. Aber es ist doch sehr anstrengend zu spielen. Und es gibt tatsächlich auch Spiele, die Spass machen. Ja. Und einfach viel ruhiger sind. Ja. Eine grosse Pause gemacht. Also mittelgross ist normal. Für meinen Kanal eine grosse Pause. Ganz einfach. Weil wenn das Interesse nicht da ist, auch von mir aus. Und das Interesse auch nicht von ausser kommt. Dann mache ich es einfach in meiner ganzen eigenen Geschwindigkeit. Darum ja. Ist das heute mal ein Video, das du durchschauen kannst. Oder kannst schauen. Und ja, hoffentlich freut es dich. Und ich wünsche dir einen ganz guten Tag. Äh, morgen rund oben. Und ja. Jetzt gibt es das Gameplay. Äh, von Season 9. Respektiv. Äh, sorry. Season 10. Ich weiss es aber gerade nicht mehr. Und ja. Ein schönes Jahr. Du weisst. Du liegst im Bett. Da hast du so. Heute ruhig. Kein Apex. Alles in Ordnung. Und dann kommt die Nase da vorne. Und schreibt da. Komm Apex. Komm Apex. Dann hast du so. Halt der Huge in der Ocke. Und dann so. Mau Mau. Und dann so. Okay. Dann spielst du ein bisschen casual. Dann nimmst du es nicht auf und so. Dann komm rein. Und dann spielst du den Ranked. Und dann hab ich ihm geschrieben. Nein. Ich spiel sicher nicht Ranked. Mau Mau. Ich bin so Ranked spielst du. Und dann sag ich. Nein. Ich bin knapp aus meinen Augen. Jetzt bin ich gerade im Bett gewesen. Ich bin fast eingeschlafen. Alles klar. Und darum sah ich so scheisse aus. Auch im Tanktop. Ich habe so die Penny halt einfach. Aber weil es Ranked ist. Muss ich es halt aufnehmen. Und ja. Vielleicht seht ihr auch gar nichts davon. Wie gesagt. Etwas wo man nicht kann. Kann schneiden. Das nehme ich nicht rein. Weil. Ich schneide eigentlich nur Action. Aber ja. Schauen wir mal. Und ja. Und ja. Und das Schlimmste hat er gesagt. Ja. Sein Swinkofon ist gekommen. Digga. Ja. Aber jetzt hast du beim Ranked. Und dann können wir nicht mehr kommunizieren. Und dann kann ich nicht mehr mit Bots spielen. Ja. Scheiss. Schauen wir mal. Wie es so aussieht. Okay. Zeit zum RP verlieren. Okay. oh mein gott oh mein gott ja ich habe gar nichts mehr ah doch ich bin jetzt 2020 bin ich rettet oh und wingman wo ist das hier oh mein gott oh mein gott wir haben es geschafft gerankt das war eine richtige raceparade ja mal schauen jetzt nehmen wir es ja gleich auf vielleicht passt es ja squads sind eigentlich immer richtig fett ich habe schon lange nicht mehr auf dieser map gespielt auf Olympus ich habe eigentlich nur ranked gespielt die ganze Zeit das erste mal wo ich Pups spiele in dieser Saison das erste mal Peppurple Bott Hingeries Pff 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 Degelastische Spieler alte Mann Pff Ich habe noch gar nichts Pff 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 Pepp H gauge ich habe etwas pepp bei Und nicht mehr das Kaffee! Oh nevermind. Der war mein. Der hat mir gerade richtig kussig gedrückt. Killklaue. Pfff. Nice. Die Hohmann. Ja, die Hohmann. Mhm, mhm. Mhm. POTS! Alles nur mehr POTS! Mhm, mhm. Hahahaha! Aber wenn wir die jetzt pushen so, dann sind das ziemlich schnell Nuggets. Aber ja, wenn du Bock auf Nuggets hast. Ach ja, wir hätten dann schon beide gleich müssen abpusten. Aber ist schon gut. Meine ist überhaupt nicht low. Wollen wir schnell das holen? So. Geh raus. Er haut ab. Er hat seine Ult gelassen. Ist schon abgehauen. Mit einem Banglord hat er es halt so macht. Ja, ich bräuchte ein bisschen Light Munition. Nur ein bisschen. Wuh! Low. Oder nicht. Das ist so ein Rave. Ja, okay, ich muss nichts mehr merken. Wuh! Wuh! Hallo? Aim! Nein, Alter! Meine Banglord ist schon wieder verdammt low, Mann! Ich kann ein paar Pisse wieder weg gehen. Lechte Idee. Wir haben noch eine Lifeline in der Nähe. Oh mein Gott, was für eine. Im Dach. Bei dir. Wir haben noch einen Sweater Squad. Ich habe einfach gar keine Munition mehr. Nevermind. Nevermind. Mit Trader hier, wie die blöd stehen. Was ich an ein paar Feinde gesehen habe. Ich habe einen... Banglord. Was habe ich alles noch gesehen? Äh... Ein Horizon habe ich auch gesehen. Hauf! 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 Ja. Wir müssen jetzt etwas machen. Entweder... ...gehen wir in die Gegensätze in Richtung. Puschen die dort hinten. Rechts. Ok, Pult. Der ist auch nichts gesehen, Alter. Ja. Aber wenn wir runtergehen, dann sind wir ziemlich zuerst. Low! Ich bin runtergegangen. Oh mein Gott, ich bin lastiger. Da unten ist ein Watson. Ich brauche mich als Cover. Oder versuche mich als Cover zu nehmen. Wir sind beide zusammen Watson und und äh Zweites Squad, zweites Squad, ich verpisse dich. Ich versuche dich zu verpissen. Nein wirklich verpisse dich. Ich bin so tot. Mich kannst du nicht mehr holen wahrscheinlich. Ich bin tot, ich bin tot. Nur noch Banner. Ja. Ah fuck. Die Gegner gehen aufs Dach. Ja, wir können die Null buchen, wenn wir wollen. Das ist hilarious, Digga. Die werden uns erwarten. Die werden uns grusig hellglitschen. Joooooooooo. Mann, ich hasse dieses Spiel. Ich will einzeln Pusten. Naja, sie kommen jetzt beide. Wenn ich sie wär, würde ich auch nicht abhauen. Geh Chance. Und ein Crayber, also. Digga, das ist nicht dem Crayber. Doppel Crayber. Alter, da musst du fast zuschauen. Das glaubst du ja gar nicht! Ja, ich schaue dir zu, du kannst sicher sein. Ok, die sind gesplitten auf jeden Fall. Hier ist der Pathfind, ich puste den jetzt einfach. Ja, der Mursch. Nice! F***ing, hast du mein Arsch gesaved, Alter! Das ist immer der schlimmste Ort hier, der Mitteltag. Hammond Labs etc. Ja. Auch dort hinten. Dort hinten müssen wir killen. Einer down. Danke. Ok. Jetzt hast du den Anger angekillt. Ok, alles klar. Alles klar! Neat shotgun ammo. Pfff! Alter, dass wir die Zip-Line lebendig überstanden haben. Das ist ja ein Wunder für sich. Als wir dafür hier nicht zu lange rum sitzen wollen. Hier ist absolut die Todeszone. Noch vier Squats. Einer ist dort hinten. Oder einmal einer ist dort. Tja. Es sind zwei, es sind zwei. Wir sind nicht alleine, Squad. Wir haben einen Bogey. Ein weiterer Selflanding. Zweiter Hund. Nein! Nein! Alter Mann! Gibi auf dem Dach. Ist ziemlich low gewesen. Aber er heilt sich jetzt natürlich. Der ist vollgeheilt. Vollgeheilt. Ah, scheiße. Gibi, Digga. Was hat der gefressen? Ja. Naja. Zwei nicht. Sälo Có, ein Ballverlein. Wir haben einen Bandit. Unschuldigung. Und. Eine Kanzelung. Ich descubieral. Ja. Bote. Chä! Jetzt zuerst. Das ist ein. Wow. Da sind. Das ist gar nicht letztens. Alter, Tapspreadstrafe. Ab in Graben. Richtig dumm. Nein, und dann spawne ich noch da oben. Alter, im dümmsten Ort. Ah! RIP Ja! Alter, das war so lächerlich. Oh mein Gott. Sniper Optics. Das ist mein Faschen. Ist das nicht gerade fett mit dem Fight? Einer killt. Jetzt aber noch einen Squad. Ja. Ich geh mal raus rum. Danke für den. Bumser sonst. Oder nicht. Kommen wir gleich. Sorry. Also hätte ich keine Granate reinlaufen, aber ich hätte ihn auch nochmal zurückgepickt. Ja. Ich bin immer der Meinung, dass die Elstar absolut krank tut. Ja. Ich bin da noch nicht fett mit Looten. Holy moly, was ist das hier? Ähm, ja. Tschüss ist es da. Alter. Ja, du Pfeife, Alter. Sag mal, wo der Gegner sitzt. Okay, okay, okay. Fungendung. Gute Nachts. Ja, okay. Also meine Sandwich. Vor uns und hinter uns. Da hinten dran. Ja. Fast tot. Nice. Heulen, heulen, heulen. Sohne, 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 sohne. Du wirst genockt, wenn du nicht live heilst. Ja. Ja, ja. Und hinter uns. Also das ist ein Squat, he? Ich glaube, du bist da unten. Ha, 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 ha. Digga, die Waffe ist so geil. Huh! Sind wir behindert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein bisschen zurück. Versuch zurück. Ah, die haben die Brust. Okay, ich bin so am Arsch, ja. Nein, brother. Brother, brother, das ist scheisse, Mann. Gibt's gar nicht. Nein. Die haben ja gar nichts können, ey. Egal. Egal.